Jetzt der Blick auf Mannheim und einen kuriosen Abend. Der SV Waldhof scheidet gestern im Fußball-DFP-Pokal in der zweiten Runde aus. 0 zu 1 stand es am Ende gegen den Zweitligisten ist Nürnberg direkt vor der Partie allerdings ein Skandal. Waldhof-Stadionsprecher Stefan Christen widmet die Aufstellung des SVW unter anderem dem kürzlich verstorbenen Christian Hehl. Eine bekannte Figur der Neonazi- und Hooligan-Szene. Zwischen 2014 und 2019 saß er für die NPD im Mannheimer Stadtrat. Viele Jahre hatte Hehl auch Stadionverbot beim SV Waldhof, weil er zu Gewalt gegen die Polizei aufrief. Die Szene sorgte für einen gewaltigen und deutschlandweiten Aufschrei, der den SVW zum Handeln drängte. Am Mittag traf sich die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat des Vereins mit dem Stadionsprecher. Ergebnis? Stefan Christen tritt zurück. Seine Gründe hat er in einer Mitteilung des Vereins dargelegt. Mir ist im Rahmen des Pokalspiels gegen den 1. FC Nürnberg ein Fehler unterlaufen, der mir nach 29 Jahren Tätigkeit als Stadionsprecher so nicht passieren darf. Bei der Widmung der Mannschaftsaufstellung habe ich einer verstorbenen Person gedacht, die der rechten Szene angehörte. Die Person und die Hintergründe waren mir persönlich nicht bekannt. Meiner Sorgfaltspflicht hinsichtlich der Recherche zum Hintergrund der Person bin ich nicht nachgekommen. Dieses tut mir von Herzen leid.